Wilhelm Freiherr von Lebzeltern war ein K.K. österreichischer Feldzeugmeister und geheimer Rat. Leben. Er entstammt einer Offiziersfamilie und erhielt eine militärische Ausbildung an der K.K. Ingenieurakademie in Wien. 1805 trat er in das Geniechor ein und wurde sofort mit der Aufgabe betraut, die Festung Theresienstadt in Verteidigungszustand zu setzen. Weitere Festungsbauprojekte in Enz und Mauthausen folgten. 1809 geriet er in französische Gefangenschaft. 1815 machte er als Hauptmann den Feldzug im Piemont und der Lombardei mit. 1821 zeichnete er sich bei dem Feldzug gegen Neapel aus. 1831 zum Major befördert wurde er 1832 als Erzieher der Söhne Erzherzogskals nach Wien berufen. Als Vorsteher des Hofstaates des Erzherzog Friedrich rückte er zum Oberst vor und begleitete 1837 den jungen Erzherzog nach Venedig. So wie auch auf dem Feldzug nach Syrien und den Reisen nach Algerien, Portugal und England. Der Offizier wurde mit dem Orden der Eisernen Krone 2. Klasse und dem Titel eines Geheimen Rates ausgezeichnet und deswegen am 16. März 1842 in den Freiherrenstand erhoben. Am 30. Oktober 1844 wurde er Generalmajor und in dieser Funktion 1848 zum Direktor der Wiener Neustädter Akademie ernannt und bereits am 27. Januar 1849 zum Feldmarschallleutnant befördert und avancierte 1851 zum Vizepräsidenten des Landesmilitärgerichtes in Wien. Am 29. März 1865 wurde er auf eigenen Wunsch pensioniert und zwar mit dem Titel eines Feldzeugmeisters. Außerdem ehrte ihn der Kaiser für seine über 60-jährige vorbildliche Laufbahn mit dem Orden der Eisernen Krone 1. Klasse mit 2. Klasse. Auszeichnungen Roter Adler Orden 3. Klasse Kontur des Verdienstordens vom Heiligen Michael Kommandeur 1. Klasse des großherzoglich-hessischen Ludwigsordens Ehrenritter des großherzoglich-oldenburgischen Haus- und Verdienstordens Herzog Peter Friedrich Ludwigs Kaiserlich-russischer Sankt Stanislaus Orden 1. Klasse Kommandeur des königlich-britischen Beth-Ordens Sternchen Großkreuz des konstantinischen Georgsordens für Militärverdienst Großkreuz des königlich-sizilianischen Ordens von Sankt Georg der Wiedervereinigung Großkreuz des königlich-sizilianischen Ordens Franz I. Kommtur des Sankt-Gregor-Ordens Ottomanischer Mezidier-Orden und Ehrensäbel Wappen 1718 Schild durch einen schräg rechten, mit drei untereinander stehenden Bienen von natürlicher Farbe belegten, silbernen Balken geteilt Rechts in schwarz ein rechtsgekehrter, gekrönter, doppelt geschweifter, goldener Löwe Welcher in den Vorderpanken einen silbernen Kubikstein hält, links in rot ein freischwebender, aus blauen Wolken hervorkommender Rechtsgekehrter, weißer Arm, welcher in der Hand ein aufgeschlagenes Buch hält, dessen rechte Seite mit V, die linke mit L bezeichnet ist Auf dem Schilde stehen zwei gekrönte Helme Aus dem rechten Helme wächst der Arm der linken Schildeshälfte mit dem beschriebenen Buche in der Hand Zwischen einem offenen Adlersflug auf Dessen rechter Flügel von schwarz und gold, der linke aber von rot und silber quer geteilt ist Und aus dem linken Helme wächst der Löwe der rechten Schildeshälfte mit dem Kubiksteine empor Die Decken des rechten Helmes sind rot und silbern und die des linken schwarz und golden 1842 Das Wappen des jüngeren Ostes freiherrlichen Linie enthält das Stammwappen Den Balken mit den Bienen, den Arm mit dem Buche und den Löwen mit dem Kubikstein Auf dem Schild ruht die Freiherrenkrone Helm und Hemmzirden sind wie die des älteren Ostes, nur mit dem Unterschied Das aus dem dritten Helme statt des Widders ein Festungssturm mit drei Fahnen, der österreichischen schwarz-gelben Der türkischen mit dem Rossschweif und der englischen sich erhebt, zur Erinnerung an die Einnahme von Seyda Schildhalter sind zwei aufrecht stehende, einwärts sehende, goldene Löwen Schildhalter sind zwei aufrecht stehende, die sich über die 보낸 Schildhalter